Hallo und Willkommen zur Lesessendung am 30. Dezember 2011. Heute ist der letzte Tag im Jahr 2011 und da werden wir auch einmal etwas lustiges vorlesen und einmal werde ich jede Woche etwas vorlesen von Ernst Jandl und zwar aus dem Album lautend Luise was könnten wir als vor dem Jahr 2012 ein bisschen mehr Toba Bohus beseitigen weil hier und da und dort ein Chaos oder Toba Bohus ein Chaos und da werde ich eben das Gedicht Toba Bohu vom Ernst Jandl vorlesen ja also da muss ich erstmal kurz eine kleine Kindheitsgeschichte erzählen früher habe ich eben das Wort nicht aussprechen können und da habe ich immer Toba Bohu gesagt also das ganze Wort einmal, dieses Wort Toba Bohu, ein Toba Bohu also das ganze Wort ist also chaotisch aufgebaut ja und da werde ich eben das Gedicht heute vorlesen Tцуho ba boho Giud з Tu-hu-ba-ba Und zwar To-ba-bo-hoff, meinst Jandl Und jetzt noch etwas, ein kleines Lustspiel zum Abschluss Und zwar genau am selben Tag wie ich, am 7. Dezember Hat auch ein toller Theaterkünstler aus der Biedermeierzeit Und zwar Johann Nepomuk Nestroy Geburtstag Und heuer war es ein 200-Tester Aber ich bin leider nicht 1991, schon 1990 geboren, daher ist es für mich weniger ein rundes Jubiläum als für den Herrn Nestreu, aber ich lese es dennoch vor, denn lustig ist es auch schon, man muss es nicht mal wirklich sehen, es reicht einfach, wenn ihr euch das Recklam-Heftchen kauft und ihr habt es zum Lachen, Johan Nestreu ist einfach einer der die Leute zum Lachen prägt, mit einem kleinen Hauch Gesellschaftskritik. Ja, und ich lese einfach den ersten Aufzug vor. Ein Zimmer in Herrn Zanglers Hause, die allgemeine Eingangstüre im Prospekt, jedoch gegen die rechte Seite, links am Prospekt, ein ziemlich breiter Ofenschirm. Rechts und links eine Seitentüre mit zu beiden Seiten Tisch und Stuhl. Erster Auftritt der Zangler, Augusten Sonders. Ich habe Ihnen erst einmal gesagt und ich Ihnen einmal erklärt, dass Sie meine Nichte und Mündel nicht kriegen, dass Marie die meine werden muss. Und das werde ich zu verhindern wissen. Schwerlich so sicher, als ich es durchs Ersessen weiß. Kecker, Jüngling! Hartherziger Mann! Was haben Sie gegen mich? Meine Tante in Brüssel ist reich! Gratulier! Ich werde Sie beerben! Aber wann? Sonderbare Frage! Nach ihrem Tode! Und bis wann werden Sie sterben? Aha! Da stockt die Antwort! So eine Tante in Brüssel kann leben, solange sie will! Das wünschte ich ihr vom Herzen, denn ich weiß, dass sie auch bei Lebzeiten reichlich zu meinem Glück beitragen wird. Reichlich beitragen? Wie viel ist das in Brüssel? Reichlich beitragen ist hier das unbestimmte Zahlwort. Was es gibt und in unbestimmten Zahl schließe ich kein Geschäft. Und kurz und gut, ins Ausland lasse ich meine Mündel schon durchaus nicht heiraten. So heirate ich sie und bleibe hier. Und derweil schnappt dort ein anderer die Erbschaft weg. Das wär erst gar was wahre. Mit einem Wort gehorsam, Athena. Plagen Sie sich auch nicht zu sehr mit unnötigem Herumspekulieren um ein Haus. Meine Nichte ist heute früh an Ort ihrer Bestimmung abgereist. Wem rief fort? Ja, das Ding ist da. Logiert in der ungenannten Gassen. Nur mal rasant so viel im beliebigen Stock. Rechts bei der zugsperrten Türe. Da können sie anleiten, so oft sie wollen. Hinein lassen werden sie ihnen aber nicht. Ja, also ganz kurz mal eine Erklärung. Ein Jux will es sich machen, handelt eigentlich davon. Es geht um einen Zahnkler, das ist ein Fabriksbesitzer. Und der Sonder ist eben, das ist der Mann, der seine Nichte heiraten möchte. Und daneben gibt es auch noch den Gelehrten, den Weinberl. Und dann noch eben noch den, unter dem Weinberl noch den Christophal. Und der Zahnkler will eben aus der Stadt heraus. Er will aus der Stadt hinaus und aufs Land. Und der Weinberl sollte eben seinen Posten übernehmen. Und dann, der erste Jux oder der erste Streich, den der Weinberl, dem Zahnkler vorspielt, ist der, dass er sich eben, der Zahnkler, wie ihr schon vorher gehört habt, mit dieser Stimme da, der Zahnkler ist eher ein hartherziger Mann, der ist sehr streng und all muss so geordert sein. Und der Weinberl, der ist eher als ein Gelehrter, das habe ich leider nicht vorgelesen. Und der vergleitet sich einmal als Zahnkler und der spielt eben plötzlich einen total anderen Zahnkler, als wäre er total toll besser geworden. Und danach vergleitet sich der Weinberl und der Christophal, obwohl sie arme Leute sind, eben als reiche Leute und sie begeben sich auf Brautschau. Und dann der zweite Streich ist, dass der Zahnkler, dass die nicht von Zahnkler und der Sohn und noch der Weinberl und der Christophal eben am selben Tag heiraten. Das ist eben das Happy End. Das ist also ein typisches Stück aus Abbie der Meierzeit. Das war eben seit Methen nichts. Und der Methenich war auch ein Mann, der sucht real zensuriert hat. Er hatte je Leute, die gegen ihn geschrieben haben, eben bespitzelt. Und der Nestor hat zumindest einen kleinen Hauch von Gesellschaftskritiken verübt. Aber der hat auch noch einige Sachen überwinden müssen, damit es überhaupt möglich war, eben noch den Methen nicht auszudritzen. Und somit hat eigentlich jeder so gut wie nichts über die Politik geschrieben. Und das war also wie ging es das Jahrhundert. Naja, auf jeden Fall zum Abschluss habe ich auch extra so eingeplant. Ich wünsche mir noch alles Gute für 2012. Einen guten Rutsch und noch eben alles Gute für das nächste Jahr. Die Welt wird sicher nicht untergehen, wie viele vielleicht behaupten wollen. Naja, das ist halt mein kleiner alkoholfreier Cocktail, den ich mir gemixt habe. Ich bin nicht so ein Fan von Sekt. Da habe ich mir eben diesen grünen Trink da gemixt. Schaut zwar grausig aus, das ist aber ganz gut. Wo ist ein Neujahr dann? Und wir sehen uns erst dann wieder, wenn wir geruscht sind im Jahr 2012. Bis dahin dann. Auf Wiedersehen. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.